Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Ripper of Souls. Wir sind gerade am Höhensuchen für den Counter-Wash-Stein und haben wir die richtige Höhle? Nein, wir haben nicht. Dann gehen wir die Schlüsselwächter suchen. Ach, die tritt so selten auf. Kann man auch direkt gehen. So. Und Paragon Level 71 erreichen wir. Haben wir eins mehr als unser normales Level? Wow. Schlüsselwächter! Ist du noch mal hier? Bist du hier oben? Ist gar nichts. Hm. Hast du meinen Schlüsselwächter gesehen? Das würde mich ja auch überlasten. Geh weg. So. So. Ach, Schlüsselwächter nieder. So, mal gucken. Einlegen. Da. Gut. Mal ein paar Sachen verkaufen. Ich hab's mit dem Abenteurerleben versucht. Das war nichts für mich. Zu viele Schmerzen. Zu wenig Profit. Ach so, Schrott. Hm. Diesmal ist wirklich schlecht. Also. Akt 4. Sebener Turm. Schlüsselwächter. Wo ist der Schlüsselwächter? Oh, die stinken. Da ist der Schlüsselwächter. Ach, hau nicht ab. Kein Schlüssel. Ach, wie selten tropfen die eigentlich. Gottchen, Gottchen. Das geht doch nicht. Sieht interessant aus, unser Charakter. Mit der blauen Mütze. Und den grünen Hosen. Nun gut. Eine Schlaghöhle. Müssen wir gleich nicht gehen. Ich suche den Schlüsselwächter. Okay, also. Der müsste irgendwo in der Mitte sein. Oder am Ende. Wir durchsteifen halt das Wort nochmal. Kann doch nicht sein, dass der nur am Anfang auftritt. Da müssen wir ihn suchen. Da ist er ja. Was machst du so weit weg? Ja, wieder einer, der sich vermehren kann. Illusion ist die. Der ist noch ein wenig länger. Es geht zu Ende. Ich muss noch ein wenig länger warten. Oh Gott, oh Gott. Musst du Damage. So. Ness ist gebiet. Bist du auch wieder so nah? Ach du näherst... ...Vertöbnisgeysir. Dieser Name! Hohoho! Dieser Name! Lass mich in Ruhe! Gitt! Müffel! Stinkt nach Schwefel! Gebt mir den Schlüsselwächter! Gebt mir den Schlüsselwächter! Ach komm! Stirb! Sterb! Hallo! Genau! So denn! Wo haben wir den Schlüsselwächter? Gebt mir den Schlüsselwächter! Gebt mir den Schlüsselwächter! Ah! Ich muss gar nicht Isual töten! Ich muss die töten! Okay! Aber das letzte Mal war es Isual! Kissandra! Die Elende! Hm! Ich schiesse auch so! Okay! Geh ich mal hier rüber! Ja! Gucke hier! Ob der Schlüsselwächter irgendwo ist! Geht mir den Schlüsselwächter! Hm! Hm! Oh Quatsch! Ja! Erstmal das Feuer teilt sich da! Shotgun Mode an! Haaa! Dankeschön! Ich bin da. Na ja, ich bin da! Ich bin da! Das. Ich bin da. Ja, ja. Von mir aus. Gebt mir jetzt diese Höhle. Oh, jetzt ist sie wieder uns, also steht sie da nicht dran. Mechanik wist. Gebt mir doch einfach diese Höhle. Geht's? Oh, ein Stachelfieh. Reflektion! Der hat einen stacheligen Vogel. Ho, 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 ho. Boom, schakala. Ach, ne, 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 ne. Okay. Komm. Gitt, das stinkt. Lenk nicht immer die Geschosse ab, kleiner Gegner. Jetzt sind sie alle dran. Ja, jetzt stinkt's doch. Gott, Gott. Lasst mich am Leben. Stinkende, qualende, christliche Dämpfe. Es geht zu Ende. Wieso geht es zu Ende? Ich versteh nicht. Ich kann doch nicht. Ich hab doch noch einen Haltrank. Ha, 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 ha. Ah, ist dann halt nach rechts. Gib mir den Haltrank. Schon wieder ein... Doch, da ist er. Hä? War er doch nicht. Der war nur versäucht. Ah, wo ist der... Wo ist euer Boss? Ach komm. Ah, hier ist die Höhle. Und es ist die Höhle. Das war's. Sehr schön. Aber jetzt bitte einen kalten Wellstein. Wie geht's auch das? Wie geht's auch das? Wenn du... Hä? Höhle! Die Höhle! Wsperlich! Das war's. Ich habe's. Einmal noch mal. Die Höhle! Das war's. Ach komm, jetzt muss ich diese gehen. Wurschtel. Ah, jetzt spielt die Schweiz gegen Argentinisch, gegen den Messi. Herr Lionel Messi, sie kommen heute dran. Ich hoffe es jedenfalls. Die Chancen stehen schlecht, aber ja. Holland hat ja auch Probleme gemacht und die waren ja sehr stark in der Vorrunde. Süddele. Was ist denn hier? Das ist der Zellauuse. Bla bla bla. Nichts getroppt. Frechheit. So, schauen wir mal weiter. Noch ein bisschen hier in der Höhle. Nein, nicht anfrieren. Lasst mal. Ja, toll. Die bombardieren alles zu. Boah. So eine Scheißkombination. Dann mal hier. Wundkreis, die Teufels. Geht mir schaden. Ja. Und es kript. Ja. Und es kript. Also gucken wir noch schnell hier zum Stein fort. Ich werde die Schlüssel ja mal weiter suchen bis zur nächsten Aufnahme. Und dann schauen wir mal, dass wir die Bosse besiegen können irgendwie. Ja. Ja. Na, wo ist er? Da ist er wieder nicht hier. Ui, das gab Schaden. Oh, kaputt. Nein, das ist nicht das Schlüssellicht. Ich brauche das Schlüssellicht, der ist da. Ich sehe ihn, ja. Nein, ohne das. Was ist der Stau? Stau auf der A3. 50 Kilometer Stau. Ja, es geht zu Ende. Meine Grossmutter geht zu Ende. Oh, sorry. Oh, Gott. Was mache ich da? Ich wollte abhauen, nicht raufhauen. Oh, gut. Oh, der Schlüssel, wenn ich das auch tue. Ja, ich bin auch überrascht. Ah, schon wieder blaue Teile. Also, nicht getroppt. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich mit Erfolg. Ja, ich denke, weil der andere länger war, ist der ein bisschen kürzer. Also, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020